Wo bin ich? Oh krass, Alter, krass, Alter. Ich bin Zombie, ich bin Zombie. Okay. Ähm. Ja, ich muss aber nur nochmal einen Moment unterbrechen. Nee, geht schon so, ne? Auch wenn's leckt. Alter, ich bin Zombie. Erstmal nach draußen. Da sind sie alle, da sind sie alle. Lass mich rü- Oh, lass mich doch da rüber. Nein, ich komm nicht da rüber. Junge. Boah, wie schnell bin ich als Zombie, bitte? Da ist auch der Erste. Da, ich hier. Stirb. Und Godzilla, den schnapp ich mir jetzt auch noch. Boah, ist das geil. Boah, kacke. Boah, wie hart leckt das denn? Okay, das liegt wahrscheinlich. Jetzt, stirb, stirb. No. Stirb. Okay. Zack, zack, zack. Da. MC. MC. Stirb. Zack, der Nächste. Und, wen haben wir da? Auch schon tot. Geil. So, Zeus. Das war dumm. Das war richtig dumm. Und hier, Finabu. Du bist der Nächste. Boah, Junge, wie ich hier alle wegschnetzel. Nein, das ist meiner. Finabu war meiner. Junge, der passt raskal. Boah, Alter. Junge, Schnetzel, Schnetzel. Schnetzel, 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 Schnetzel. Wo ist er? Oh, Wasser. Zack, auch weg. So, dann nach vorne mal beim Wald gucken, wo ich sonst immer rumhäme. Da oben, da sind sie alle, ey. Okay, die packe ich direkt. Zack, oh ne. Da ist sie schon weg. Hey, Tensibille, wie hat sie das da hochgeschafft? Vielleicht hab ich ja noch... Ach, kack. Hey, wie hat die das da hochgeschafft? Wie kann das sein? Das war dumm. Von hier kann ich sie schlagen. So, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Wo ist hin? Das war nicht clever. Oh mein Gott, ich werde gejagt. Nein, nein, nein. Scheiße, nein, was ist das endlich? Nein, ich bin in eine Sackgasse gekommen. Bitter. Jetzt bin ich down. Oh, ist das klapp. Oh, ist das klapp. Boah, ist das klapp. Wo bist du denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie, bist du weggekommen? Oh nein, nein, nein. Aber jetzt. Als ob du dich nochmal versteckt hast. Nein, nein. Ich hab ein halbes Herz und noch weg. Oh, ich will dich finden. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Boah, die Lecks regen mich natürlich nicht mehr. Noch hinter mir. Ah, er ist noch hinter mir. Oh, oh, oh. Boah, Winnie, die Schnitzel, die Leck. Scheiße, 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 Scheiße. Kacke, jetzt bin ich aber auch gar keinen mehr. Nein, jetzt ist das Ende. Oh, ist das klapp. Wie viele sind denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben noch. Ah, da ist noch einer. Nein. Jetzt haut den doch mal weg da. So schnell kann Winnie jetzt auch nicht sein. Oh, oh. Nein, jetzt ist das Ende. Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Oh, Junge. Jetzt ist er weg. Läuft. Winnie jetzt das mal richtig hier durchsuchen. Ähm, ich suche mir jetzt erstmal einen Weg nach unten. Draußen können auch noch andere suchen. Boah, wenn wir das schaffen, das wäre awesome. Das wäre richtig awesome. Ist hier was? Hier ist noch ein Gang. Wo führt der hin? Zu den nächsten Räumen. Hier ist sonst nichts mehr. Zack. Gleich ist die andere Folge schon fertig gerendert. Dann kann ich hier auch wieder was. Dann kann ich wieder ruckelfrei aufnehmen. Hätte mal was. Oder Winnie? Was? Mann. Ey, das ist... Ja, guck mal, die fünf Minuten sind noch nicht mehr rum, weil das ist eh keine Chance gehabt. Da ist der nächste Zom, wie der runterkommt. Dann kann da oben ja eigentlich auch keiner sein. Oh, das ist schon schwierig, ne? Wenn die Pros hier jetzt anfangen mit... Oh, hier sind wir schon unterm Dach. Krass. Jetzt lassen wir mich noch da hoch. Nur noch zwei, ne? Zwei nur noch? Lordi Gun und Chris... Oh, nicht... Jetzt noch einer. Oh, Lordi. Wenn der wieder das gleiche versteckt hat wie eben, was so gut war, dann raste ich aus. Ich raste aus, wenn der es schon wieder schafft. Sonst müssen wir uns alle um diesen scheiß Hubschrauber rumbunkern. Und dann hat er gar keine Chance. Wo kann der denn sein? Er ist weg. Lol. Lol. Spielende, alle Lebenden von Zombies wurden infiziert. Und jetzt? Junge, was für eine krasse Runde. Richtig weggeschnetzelt. Und was jetzt? Ja, jetzt hab ich wahrscheinlich... Oder? Ich hab doch gewonnen, oder? Ja, schon. Herzlichen Glückwunsch. Oder? Was passiert jetzt? Ja! Ich hab doch gewonnen, oder? Junge, alle weggeschnetzelt. Brav, meine Zombie-Horde. Habt ihr gut gemacht. Finde ich sehr geil. Ja, ich bin der Erste, der kommanden hat. Ja, ja, ja. Boah, ja. Nice, nice, nice. Eigentlich wollte ich ja nicht aufnehmen, aber wenn man der Erste Zombie ist. Ja. Ich freu mich. Glückwunsch-Taktik, ja. Ah, geil. Richtig geil. Und jetzt? Monster-Leck. Boah, ich freu mich, ey. Ich freu mich wirklich. Gibt es jetzt noch einen... ...preis? Oder ist der Zombie die arme Sau? Gibt er noch einen Punkt? Und schon gibt es keinen Preis. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Und wie es aussieht, war das was Besonderes. Jawoll. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Es freut mich richtig. Bis dahin. Euer Nick. Ich kriege hier doch noch einen richtig geilen Special-Preis. Glaube ich. Auf jeden Fall ist Aris da richtig am Basteln. Ja, da hört man. Er bastelt. Er bastelt. Ich frage mich, was dabei rumkommt. Uh, ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Und, wie ihr seht, ist mein blauer Name weg. Was willst du machen? Was willst du machen? Aber wenn Phönix nochmal ankommt, kriege ich noch für die letzten, ja, fünf Tage meinen blauen Namen wieder. Da ist der Kopf. Ach, du Sch... Der Schlau ist in seiner Art. Unendlichkeit eins. Schutz vier. Halbbarkeit drei. Glück drei. Schärfe fünf. Effizienz fünf. Dorn drei. Kopf. Junge, 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 Junge. Warte, F5, wo haben wir's? Da. Nett von mir kommt. Wie scheiße. Wie scheiße bei dem Skin. Junge, 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 Junge. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Bild. Bis zur nächsten Folge. Euer Nick. Haut rein.